Die Thomas-Sabo-Eiszeigers kämpfen um den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Play-Off-Fieber in Franken, man spürt es in der geilsten Stadt der Welt. Man fiebert darauf hin, dass man endlich mal wieder weiterkommt. Lang haben wir gewartet, jetzt ist es eventuell wieder soweit, wobei es momentan, naja, nicht so gut aussieht. Play-Off-Viertelfinale heißt, zwei Mannschaften spielen so oft gegeneinander, bis eine viermal gewonnen hat. Es geht gegen die Wolfsburger und die haben schon dreimal gegen uns gewonnen. Wir nur einmal bei uns zu Gast im Studio. Der Mann, der die Fäden zieht bei den Thomas-Sabo-Eiszeigers sozusagen. Der Head-Coach, der Cheftrainer von den Thomas-Sabo-Eiszeigers, Trey Toomey. Guten Morgen, Trey. Guten Morgen. Trey, was macht dich so optimistisch, dass die Eistigers alle drei Spiele, die jetzt noch folgen müssen, gewinnen? Diese Mannschaft hat in dieser Saison nie aufgeben. Wir werden nie aufgeben und es ist egal, ob wir 3-1 in dieser Serie hinten dran stehen. Es geht um das nächste Spiel und das nächste Spiel müssen wir gewinnen, werden wir gewinnen, weil wir es wollen. Ich bin ja so ein bisschen abergläubisch und deswegen habe ich mir heute meinen Tiger-Pulli angezogen, mit Tiger-Kopf drauf. Hast du irgendwie einen Glücksbringer, den du heute Abend irgendwie dabei haben wirst oder irgendwie ein bestimmtes Ritual? Ja, heute wird es mein Bruder sein. Der ist 6.000 Meter gekommen, nur für dieses Spiel und den Rest der Serie. Der hat mich gestern überrascht, ist reingekommen in die Eishalle. Das ist total unerwartet. Ich freue mich riesig, dass der hier ist. Du hast mir auch erzählt, er ist gerade hier im Studio. Er ist auch ein bisschen schuld daran, dass du überhaupt nach Deutschland gekommen bist, ne? Ja, er ist auch. Der hat mich hier rüber geholt und dann ist er abgehauen. Das war vor 25 Jahren. Also der hat in Hasford gespielt. Der ist vier Jahre älter als ich. Ich habe nie mit ihm spielen können, weil er immer älter war. Ich wollte unbedingt mit ihm spielen. Das war die Chance. Ich bin extra rübergekommen, eine super Saison da in Hasford. Genial mit ihm zu spielen. Und jetzt bin ich einfach in Deutschland hängen geblieben und jetzt stehe ich hier heute. Sehr schön. Wir haben auch was vorbereitet und zwar Glückskekse. Kennst du? Kann ich nicht, aber ich möchte unbedingt eins haben. Du darfst mal in die Box greifen und einen öffnen. Da sind Botschaften drin. Gibt es beim Chinesen oder Japaner doch immer. Soll ich es auch vorlesen oder was? Natürlich, ich bin immer gespannt. Ja, aber ich weiß es nicht. Doch, komm schon. Man soll das für siegbar halten. Mach einen auf. Was steht drin? You are ready to help others which brings sympathy. Hilfsbereitschaft und uneigennütziger Einsatz können Ihnen viel Sympathie einbringen. Nein, das passt doch für heute Abend, oder? Das ist es. Und die Thomas-Abo-Eistragers brauchen Hilfe der Fans heute Abend. Unbedingt. Deswegen deinen Aufruf nochmal. Bitte. Alle Mann an Bord. Wir sind alle hin. Wir brauchen jede Unterstützung. Wirklich heute Abend in dieser Eishalle. Ihr wollt es wirklich nicht verpassen, wie diese Mannschaft auf dem Eis ist. Und wie die nie aufgeben werden. Die werden bis die letzten Sekunden kämpfen. Und das musst du dir anschauen. Bitte komm rein. 19.30 Uhr ist Bully. Das war Gänsehaut letzten Freitag. Muss ich ehrlich sagen. Tolle Fans. Thomas-Abo-Eistragers. Unglaublich laut. Eine Frage habe ich noch, Trey. Was machst du nächsten Sonntag? Nächsten Sonntag bin ich in Wolfsburg. Ich weiß es nicht. Dann bin ich einfach in Wolfsburg. Nee, Entschuldigung. Freitag bin ich in Wolfsburg. Sonntagabend Nachmittag. 14.30 Uhr spielen wir wieder hier. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Das könnte nämlich das entscheidende siebte Spiel sein. Manchmal kommt schon ein bisschen Döcken an den Players. Man weiß nicht, welcher Tag es ist. Es geht nur um Eis-Hockey. Und ich habe keine Ahnung, was das Tag ist. Ob es Dienstag ist, Mittwoch. Ich weiß, dass es nur Spieltag ist. Sonntag wäre das entscheidende siebte Spiel. Und er hat es vollkommen richtig erkannt. Wir werden auf dem Eis stehen und dann gewinnen und ins Halbfinale einziehen. Wir drücken die Daumen. Grüße an die Jungs. In der Kabine. Vielleicht noch ein paar Worte dann von mir. Sagst du, Flo ist stinksauer? Ich weiß nicht, Dippi, wer war bei der Autogrammstunde Mercedes-Benz? Wer war da? Bucci. Bucci. Mit Sicherheit. Und wir haben eine Wette eingegangen. Ich weiß nicht, ob du da auch mitmachen würdest. Wenn ihr es schafft, deutscher Meister zu werden, habe ich ihm angeboten, dann darf er und ein paar aus seiner Mannschaft, du kannst gerne auch mitkommen, hier die Flo Karscher Show einen Morgen moderieren. Gerne. Ja? Gerne. Vielleicht heute Abend nochmal in der Kabine. Vielleicht hast du keinen Job mehr. Das macht er nicht. Dann spiele ich Eishockey. Jobtausch. Biete es Ihnen gerne an, heute Abend in der Kabine. Vielleicht als Motivation, wenn es hilft. Mach ich. Und dann gucken wir mal. Grüße, Pucki. Und die Mannschaft natürlich. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg heute Abend. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. It's Radio in Eins.